Wir übernehmen ab hier. So Leute, und es geht weiter mit The Amazing Spider-Man. Wir machen hier gerade unsere Karte ein bisschen leerer. Leerer, haha. Und, ja. Jetzt kümmern wir uns hier mal um die Blockade, die wir in der letzten Folge nicht mehr gemacht haben. Und schwingen uns hier mal wieder durch den Park, zurück zum Helikopter-Symbol. So. Da ist auch schon der Polizeihubschrauber. Ah, können wir da nicht irgendwie ran hier? So, warte mal, jetzt hier. Und los geht's. Alter Falter, da hab ich ja jetzt Bock drauf. Eieiei, dann schauen wir mal. Gut, also wir müssen hier echt einen wieder auf Easy Mode machen. Immer mal wieder hin und wieder zurück. Und sowieso. So, können wir von hier oben den hier... Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Oh, ich glaube wir werden hier sterben, weil wir nicht mehr wirklich viel Energie haben. Und das sind so viele. So, das ist zumindest schon mal einer weniger. Wir haben hier auch kein Netz, was wir irgendwie vernünftig nutzen können. Also, kein Netz, also kein Übergang, wo wir irgendwie von oben runter springen können. Also, wir müssen uns hier echt immer wieder verpissen. Sonst machen die uns ganz schön alle. Autsch. Ei, 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 ei. Schade, den wollte ich ja eigentlich noch an den Boden tackern. Gut, jetzt ist es aber einer weniger. Können wir hier vielleicht an unseren Heli wieder ran? Und von hier oben vielleicht ein bisschen? Ja, sieht aber auch nicht so aus. Gut, ja, so können wir es eigentlich auch machen. Dass wir hier immer diesen Netzwirbel rummachen. Dann haben wir da ein bisschen mehr Zeit. So, ich denke mal, wir können hier mal wieder an den Heli ran. So, guten Flug. Ah, schade. Autsch. Ach, da sind noch so viele. Oh, wow, wow, wow. Autsch, 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 Autsch. Das tat weh jetzt. Tja, können wir hier von hier oben irgendwie ein bisschen ran? Gucken wir mal. Ja, das könnte bei dem hier funktionieren. Nee, noch nicht. Aber vielleicht können wir es irgendwie schaffen, den hier runter zu... Ah, der läuft hier gegen die Wand. Das können wir ausnutzen. Gut, die haben wir auch. So, wo ist der nächste? Äh, was ist mit ihm hier? Können wir ihn hier auch mal eben kurz... Nein, da sind die anderen wieder. Vielleicht bei ihm hier mal gucken. Das sieht besser aus. Und vielleicht ihn hier auch nochmal. Ja, wir müssen uns da wirklich immer wieder verpissen. Sonst kriegen wir da echt Probleme mit der Gesundheit, weil wir ja eh schon ein bisschen angeschlagen sind. So, aber so langsam dünnt sich das Feld wirklich aus. Bitte der Größe nach aufstellen und auf die Prügel wappen. So, also zwei haben wir auf jeden Fall noch. Bereit zum Aufgeben? Und das haben wir geschafft. Verhandlungssache, ja. Gerade so, also wenn wir uns hier mal unseren Rücken angucken, sieht das gar nicht so gesund aus. Aber es hat noch gereicht von der Health her und wir gehen zurück in die Open World. Gut, und ich höre es hier blitzern. Wo ist das Comic hier vorne? 69 von 80. Also es sind schon eine ganze Menge Comics, die wir hier haben. Und dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Also hier rechts. Hier haben wir noch einen. Dann springen wir einfach mal zu ihm hier hin. Und dann haben wir die Seite hier so gut wie fertig. Kann natürlich immer noch sein, dass da was dazu kommt. Das ist klar, aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja. Und da war ein Comic. Ziemlich deutlich. Oh, im Teich war er nicht. Ah, scheiße. Kalt, kalt, kalt. So, wo ist der Comic jetzt? Der war doch hier eben in der Luft. Ach, ist ja auch egal. Finden wir eh noch ein paar. Also die Comics, das ist wohl das einzige, was ich in diesem Spiel dann auslassen werde, die alle zu suchen. Das würde den Rahmen definitiv sprengen. 23, mit der Diebstahl gemeldet. Over. So gut wie es ist. So, und da haben wir aber unsere Unruhestifter. Der hat gesessen. So, das hat ja gut geklappt. Hier höre ich es auch wieder glitzern. Da haben wir hier oben. Noch ein irgendwo anders. Jawohl, da oben auch. Das hat sich doch schon mal gelohnt, der Ausflug hierhin. Und dann geht's weiter wieder auf die andere Seite. Also ich gucke nochmal hier zur Vorsicht. Hier haben wir alles. Und hier haben wir noch zwei, drei Sachen. Eine Verfolgungsjagd. Ein Unruhestifter. Und unseren Zeppelin mit unseren komischen Hin- und Herspringaufgaben. Aber jetzt geht's auch erstmal zu diesem Zeppelin hin. Dann haben wir den auch abgefrühstückt. Ja, wenn der nicht noch eine neue Quest hat. Aber das werden wir gleich mal sehen. Und dann sind wir auch da. Und so langsam aber sicher neigt sich dieses Let's Play auch dem Ende entgegen. Ich kann nicht mehr nicht genau sagen, wie lange es noch dauert. Aber lang wird es wohl leider nicht mehr sein. Ach ja, er will ja hier nach oben. So, wo haben wir ihn? Da können wir ran. Und los geht's. Was soll ich sagen? Die Kamera? Nehmen Sie doch bitte Platz. Okay, wir müssen im Bild bleiben. Und einfach immer den Fokus auf uns richten. Okay. Und das scheint funktioniert zu haben. Ähm... Ja, ne, ist klar. Schöner Abgang. Note 10. Da hätte er bei London 2012. Hätte er auf jeden Fall im Turn gewonnen. Gut. Das haben wir auch. Mal gucken, ob wir da eine neue haben. Schuss aus einem rasenden Wagen. Over. Die laufen. Aber, ja, jawohl, da haben wir auch einen neuen. Dann gehen wir da auch gleich nochmal hin. Möglicher Liebsteil gemeldet. Over. Diese Hunde müssen zurück in den Swinger. So, hier vorne ist noch ein Comic. Wow, sieht ihr das an. 72 von 80. Also die Stufe werden wir noch machen. Aber ich glaube, das wird danach immer noch wieder welche geben. Hier oben haben wir auch eine. Na, komm. Na, komm, habe ich gesagt. Jawohl. Und da haben wir auch noch einen Comic. Zack. Und dann geht's hoch zum... Nächsten... Zur nächsten Aufgabe. Und das sind wieder die Rauchsignale, die wir machen müssen. Ach was. Er hat jetzt nicht gezählt. Natürlich nicht. Wir hatten doch noch massig Zeit. Schön. Oh, Mann, ey. Na, 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 na. Komm schon. Auch hier hatten wir wieder massig Zeit. Also überhaupt kein Thema. So, jetzt wollen wir es mal nicht versemmeln. Also wir haben auf jeden Fall eine Sekunde gut gemacht. Schau mal. Aber ich gehe das hier auch gerade nicht so richtig geschickt an. Also jetzt haben wir aber wirklich ein kleines Mini-Polster. So, und gleich das nächste. Die Hälfte haben wir. Los, los, los! Ja, ist ja gut, ist ja gut hier. Wir haben ja alles im Griff. Jetzt haben wir auch ein größeres Polster. Eieiei, das hätte ich ja fast versemmelt am Anfang. Gut, und hier haben wir das letzte Rauchsignal. Und noch massig Zeit. Letzt mich am Daily Bugle. Du hast es geschafft. So, super. Das haben wir. Dann schaue ich mal, wo sind wir hier? Okay, ist noch nichts auf dem Map wieder da. Okay. Gut. Haben wir das auch? Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle auch nochmal eine kurze Pause. Und in der nächsten geht es direkt weiter. Bis demnächst. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir ein Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung. Denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß.